Darüber wollen wir sprechen bei uns im Studio der Welt TV. Chefredakteur Jan Philipp Burgert. Jan Philipp, schön, dass du dir Zeit nimmst am heutigen Abend. Gerne. Denn du warst selbst lange Zeit als Korrespondent in Washington. Du warst auch in Washington am 6. Januar 2021, dem Tag des Sturms aufs Kapitol. Und du warst auch dabei bei dieser Rede, die Donald Trump gehalten hat, seine Anhänger nahezu angestachelt. Wie hast du das Ganze erlebt? Also ins Gedächtnis eingebrannt haben sich mir die Trump-Anhänger, die ich da gesehen habe, die mit Stahlhelm gekommen waren, mit Schutzbrillen und kugelsicheren Westen. Und ich mich damals fragte, warum kommen die hier in so einer kriegerischen Montur? Was haben die vor? Das war schon sehr mysteriös. Es herrschte wirklich eine düstere Stimmung. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, es lag da wirklich was in der Luft. Und du hast es gesagt, dann hat Trump seine vielen tausend Anhänger, ich würde mal schätzen, es waren so 30.000 bis 40.000, wirklich angestachelt mit seinen Worten. Und ich erinnere mich noch so an diesen aggressiven Tonfall. Und ich habe vorhin extra noch mal nachgeschaut, was er genau gesagt hat. Und ich zitiere mal drei Sätze. Er hat zum Beispiel gesagt, wir alle hier wollen nicht sehen, wie unser Wahlsieg gestohlen wird von radikalen Demokraten und von der Lügenpresse. Wir werden nie aufgeben. Man ergibt sich nicht bei Diebstahl. Wir werden runter zum Kapitol laufen. Und diese Worte, die haben richtig Öl ins Feuer gegossen. Und der Rest ist Geschichte, nämlich die Menge ist dann eben losgezogen zum Kapitol und hat es gestürmt. Gerade wenn man die Worte hört, die du gerade noch mal zitiert hast, hat dich persönlich dieser Sturm aufs Kapitol überrascht? Kam der plötzlich oder hat sich da was aufgestaut, was sich in dem Moment dann entladen hat? Ehrlich gesagt hat mich nur überrascht, wie einfach es für diese Aufständischen war, das Kapitol zu erstürmen. Die Tatsache selbst hat mich nicht so sehr überrascht, denn es waren circa 100 Proud Boys darunter. Das ist eine rechtsextreme Gruppe, die ich wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl für eine Reportage begleitet hatte. Und ich habe sie gefragt, was macht ihr denn, wenn Joe Biden die Wahl gewinnt? Und da war einer dabei, Joe Bix, der hat mir wörtlich gesagt, nein, wir werden das nicht kampflos hinnehmen, denn dann wäre die Wahl gestohlen und die Menschen auf den Straßen von Washington würden durchdrehen. Das hat er mir wörtlich gesagt. Und dieser Joe Bix von den Proud Boys war tatsächlich nachweislich einer der Ersten, der dann das Kapitol erstürmt hat und gewaltsam eingedrungen ist. Und das alles zeigt, Trump hatte die Leute vorher schon darauf eingeschworen, dass er eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde, dass er diesen Verschwörungsmythos vom Wahlbetrug dann ausspielen würde. Und insofern war das alles nicht so sehr überraschend. Und jetzt also diese Anklage. Donald Trump hat auch schon reagiert und zwar demonstrativ gelassen. Er hat sich geäußert auf seinem Netzwerk. Truth Social hat gesagt, ich hatte aber noch nie so viel Unterstützung wie jetzt. Und diese Anklage im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols mache deutlich, wer sehr die USA in den vergangenen drei Jahren von Korruptionsskandalen und Misserfolgen geprägt waren. Er sagt, ich hatte noch nie so viel Unterstützung. Hat er die wirklich? Also was die prominenten Republikaner angeht, hat er die. Kevin McCarthy, der Führer im Repräsentantenhaus, der Mehrheitsführer, der hat zum Beispiel eine Verteidigungslinie aufgemacht, die eigentlich stellvertretend ist für viele namhafte Republikaner. Er hat gesagt, das sei eine politische Justiz, ein durchsichtiges Manöver, jetzt den Spitzenreiter unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten anzugreifen. Und er hat gesagt, das sei ein Ablenkungsmanöver, um von dem Prozess gegen Hunter Biden, den Sohn des Präsidenten, abzulenken. Und das verfängt. Und sehr viele Republikaner teilen diese Verteidigungslinie. Und wenn man sich andere Zahlen auch mal anguckt, die Umfragedaten, dann fällt auf, dass Trump im parteiinternen Rennen der Republikaner teilweise 37 Prozentpunkte vor Ron DeSantis liegt. Also es schadet ihm überhaupt nicht, sondern er hat diese Unterstützung. Aber wie kann es denn sein, dass er nicht nur seine recht guten Umfragewerte unter den Republikanern halten kann, sondern die sogar noch ausbaut? Ja, also Trump scheint wirklich die Naturgesetze der Politik außer Kraft zu setzen. Er hat ja mal gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue in New York stehen und jemanden erschießen und würde trotzdem keine Wähler verlieren. Ich glaube, er hat recht mit diesem Satz. Insgesamt haben drei Monate nach der Amtseinführung von Joe Biden immer noch 70 Prozent der Republikaner tatsächlich gesagt, diese Wahl sei gestohlen worden. Also Trump ist es gelungen, dass viele Republikaner diesen Verschwörungsmythos von der gestohlenen Wahl glauben. Das ist ihm gelungen. Und gleichzeitig muss man sagen, er ist beliebt, weil es ihm gelungen ist, sich zum Anwalt der Mittelschicht zu machen, was ja ein bisschen ironisch ist, als Multimillionär sich zu stilisieren zum Anwalt der Mittelschicht. Aber weil die Demokraten es eben nicht mehr geschafft hatten, dass sich viele Arbeiter mit denen identifizieren, hat er im Grunde es geschafft, den Nationalstolz zurückzugeben, das Selbstwertgefühl und teilweise auch die Jobs den Menschen zurückzugeben. Unter Trump war die Arbeitslosigkeit zeitweise auf dem geringsten Stand, auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, wenn die Corona-Pandemie dann nicht ausgebrochen wäre, wäre er auch ganz sicher wiedergewählt worden. Und diese Beliebtheit und vor allem diese Bekanntheit, die hilft ihm weiterhin. Stichwort Wiederwahl. Da sind wir natürlich ganz schnell bei Joe Biden. Hat der sich denn irgendwie geäußert? Oder wie blickt er auf diese, ja, blickt er auf diese Verfahren? Also er hat sich nicht dazu geäußert. Er war heute in seinem Heimatstaat Delaware im Urlaub und ist da Fahrrad gefahren. Wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig hat er sich da filmen lassen, auch von den Kamerateams, um zu zeigen, wie vital er ist. Aber er hat nicht reagiert auf die Fragen der Reporter. Und das Weiße Haus hat erklärt, dass man alle Presseanfragen doch bitte ans Justizministerium stellen solle, weil die eben unabhängig diese Geschichte untersuchen. Und ich glaube, es ist auch nicht im Interesse Joe Bidens, dass es diesen Prozess gibt. Denn er kann sich eigentlich ausrechnen, dass Trump das wahrscheinlich zumindest kurzfristig eher nützen als Schaden wird. Sollte Trump wirklich auch antreten? Sollte er noch einmal US-Präsident werden in den Vereinigten Staaten? Glaubst du, dass er genau so wäre, wie er schon war? Oder gäbe es vielleicht doch irgendwo und irgendwie eine Möglichkeit, dass er sich weiterentwickelt, anders entwickelt, unabhängig davon, ob es im Guten oder im Schlechten ist? Also das ist extrem schwer vorhersehbar, denn eine Konstante bei Trump ist seine Unberechenbarkeit. Ich persönlich würde eher vermuten, dass er noch, wie soll ich das sagen, dann von allen Fesseln entledigt ist und noch hemmungsloser regiert, noch radikaler vielleicht, auch in außenpolitischen Fragen, als er das in seiner Amtszeit getan hat, wo er ja doch teilweise noch eingehegt worden ist von einigen erfahrenen Republikanern. Aber wir müssen jetzt natürlich auch erst mal abwarten, was dieses Verfahren bringt. Ich glaube, politisch kann ihm diese Klage kurzfristig vor allen Dingen nützen, mittelfristig, also mit Blick auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr, muss man das abwarten, weil da geht es ja auch immer darum, unabhängige Wähler zu gewinnen, auch Demokraten hinüberzuziehen ins republikanische Lager. Da kann ihm so ein Prozess eher schaden. Und wir müssen natürlich auch erst mal abwarten, was das Ganze juristisch bedeutet, ob ihm das schadet. Denn da gibt es auch unterschiedliche Lesarten. Ich habe gehört, dass die Republikaner, ich habe mit einem bekannten republikanischen Politikberater gesprochen, der im engen Austausch ist mit Trumps Rechtsteam. Und die glauben schon, dass dieses Gericht Trump tatsächlich hinter Gittern bringen möchte. Es gibt andere, die sagen, nein, es wird überhaupt nicht passieren, es ist ausgeschlossen. Und dann ist natürlich auch wieder die Hypothese, was passiert, wenn er tatsächlich verurteilt werden sollte. Das Urteil fällt möglicherweise erst nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Und da könnte es dann zum Beispiel passieren, dass Joe Biden ihn auch begnadigt. Das gleiche haben wir ja gesehen bei Gerald Ford und Richard Nixon. Das waren zwar Parteifreunde, aber es wäre vermutlich auch im Interesse von Joe Biden, dann eine Versöhnung herbeizuführen. Also viele Wends, viele Möglichkeiten, viele Optionen. Ich glaube, das wird ein extrem spannender Wahlkampf. Auf jeden Fall. Das ist ja jetzt schon extrem spannend und das nächste Jahr dann ganz im Zeichen des US-Wahlkampfs. Dankeschön, Jan Philipp, für den Besuch und auch für deine Schilderung. Du warst ja praktisch live dabei. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.